Es ist schon schön, dass besonders Deutschland und Österreich in dieser schwierigen Zeit zusammenarbeiten, um das deutsche Grundgesetz und die österreichische Bundesverfassung zu schützen vor jedem, der sie einschränkt unter verschiedensten Vorwänden. Ob das nun ein Krieg, eine Krankheit, eine Inflation oder sonstiges ist, das Grundgesetz und die Bundesverfassung Österreichs sind der Spielrahmen, innerhalb dessen sich Politik bewegen soll und darf und nicht darüber hinaus. Und dafür stehen wir heute hier, für den Schutz von österreichischer Bundesverfassung und Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. I'm happy to see you all here, and I present to Gallam from...